Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik. Im Teil 2 der Umkreisradius hatten wir die Konstruktion des Umkreises besprochen. Heute zeige ich das Video der Umkreisradius Teil 3, zu dem ihr alle herzlich willkommen seid. Unterthema des Videos lautet Sinussatz und Umkreisradius. Für die Darstellung dieses Zusammenhanges habe ich schon einmal ein Dreieck mit einem Umkreisradius und dem Mittelpunkt desselben vorbereitet. Ich möchte jetzt noch die Eckpunkte dieses Dreiecks mit den großen Buchstaben A, B und C bezeichnen. Der erste Schritt auf dem Weg der Generierung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause!